Aber der haut immer ab, das ist nächstes Problem. Sarasaurer. Wenn du nicht als abfauen würdest, Kollege, das wäre echt cool. Wo sein? Äh, wo sein? Hallo? Hallo? Da bist du. Komm, 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 komm. Nicht weg ran. Nicht weg ran, Alter. Ich mach dir doch gar nichts. Jetzt haben wir dich. Ah, dich haben wir. Eieieieiei. In Z-Food, okay. Also, ich glaube, du bist ein Franzenfresser. Dir geben wir erstmal das, was ich habe. Was du gerne frisst. Ich weiß nicht, was er frisst. Schauen wir mal einfach, dass er irgendwas davon frisst. Jawohl, Mecho-Bären frisst er. Die wieder rausnehmen. Wo sie läuft. Ja, das Sam läuft auch. Wunderbar, das ist mein erster Dino, Leute. Da ist mein erster Dino. Den muss ich ein bisschen beschützen. Wo ist hier Kuppel? Den kriegen wir um hier. Zack. Komm her, ja. Oh, Sperr gebraucht. Aber, hasch und hasch hier. Komm her. Komm her. Check, check, check. So, ist mein Dino da hinten? Jawohl, der ist auch gleich fertig. So, Bewusstlosigkeit läuft auch noch. Ja, da bräuchte ich gar nicht viel. Da ist er auch richtig, richtig schön. Man sieht schon, das ist richtig hochgebrochen. Sprung dabei, genau quasi. Sammeln wir erstmal hier ein paar Faser ein, dass wir uns eine Hose bauen können. Ähm, tschüsschen, normalerweise. Da bauen wir mal Fasern für. Ah, der ist doch gleich fertig. Ja, mein erster Dino, den, äh, keine Ahnung, wie nenne ich den? Ich bin da so ein bisschen unflexibel mit dem Namen immer. Flex, ne, nicht den. Flex. So, Flex ist da. Na, komm her, ja. Oh, schick, 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 schick. Was bist du denn überhaupt für ein Dino? Ja, was bist du denn für ein Dino? Wo steht denn das? Erstmal nehmen wir dir die Bären weg hier. Dann kannst du die da haben. Mit. Komm. Komm, Flex. Komm zu mir. Was bist du denn? Flex, kill, der Kompi. Oh, wo kommst du denn schon da her? Parasaurus, Level 45, ey. Wahnsinn. Was haben wir denn? Was hat Flex denn eigentlich für ein Level hier? 13. Äh, Inventar öffnen. Der kann hier auf jeden Fall auch leveln, so wie das aussieht. Äh, Ausdauer, Sauerstoff, Nahrung. Geschwindigkeit, Gesundheit nehmen wir doch erstmal an. So, Flex ist jetzt Level 15, okay. Äh, ich brauch eigentlich so ein Sattel, Parasaurus-Sattel. Geht das hier? Wo ist der? Was brauchen wir dafür? Holz und Tierhäute. 80 Tierhäute brauchen wir dafür. Ey, alter Schwede. Was könnt ihr hier kriegen? Holz und Holz und 80 Tierhäute. Komplex. Wir gucken mal ein bisschen rum hier. Ich glaub, den Sattel, den ich hab, den kann ich dem nicht anziehen. Oder? Kann ich den anziehen, Parasaurus-Sattel? Wirst du ein Parasaurus? Ähm... Ne, wisst ihr nicht. Parasaurus-Sattel, was ist wohl was anderes hier? Ähm, ich würd sagen... Biber hier. Erstmal, bauen wir die Hose. Vielleicht können wir den Biber hier so mal ein bisschen blatt machen. Auf. Los, Flex, mach ihn platt. Oh, oh. Der mag mich nicht mehr. Oh, der haut mich. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ah. Eieieiei, der Biber ist böse. Der Biber ist echt mal richtig böse. Okay, also da hab ich keine Chance gegen. Absolut gar keine Chance. Hm. Alter, lass mal ein Haus in Ruhe. Tja, erstmal... Scheiße. Alter, der Bibur hat es aber echt drauf, ey. Er hat mal einen Flexplatz. Football macht der. Ist ja wahr. Aiii. Ich weiß, wie es auch noch was Ding kaputt gegangen ist. Jetzt läuft er hier. Holz brauch ich. Kriege ich dann hier nicht auch Holz raus irgendwie? Jawoll, da ist Holz. Shit, 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 hat der meinen Flexblatt gemacht. Hat aber nicht lange gehalten, hier der Kollege. Hat auf jeden Fall, wer böse Damage gemacht hat, hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass der dann doch so Damage macht. Aber hier kriege ich auf jeden Fall Tierhäute raus aus Flex, da ist er wenigstens zu etwas gut. Ähm, Tierhaut 53, da könnte ich nämlich einen Sattel dafür bauen. Kann man jetzt hier jetzt, der hat ja komplett einfach das ganze Dei kaputt gemacht. Äh, Strohtür, okay. Strohwand brauche ich, Fasern und ein Türrahmen, da brauche ich auch Fasern. Dann wollen wir mal ein paar Faser pflücken hier. So, wir haben eigentlich genug Fasern hier gerade. Also Strohwand, Strohtür. Dann können wir nämlich hier direkt das bauen. Strohtür, Wand, Türrahmen, was haben wir hier noch zum Angebot? Das brauchen wir, die Hose brauchen wir. Ähm, Tup, 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 wo ist er? Stoffwut kann man herstellen. So, hier haben wir gar nichts gerade. Nicht schlecht. Ja, aber erstmal bauen wir unser Teil wieder auf hier. Ah, sonst könnte man da gebrauchen. Zack. Und da auch wieder. Oh, das sind Triceratops. Ist auch nicht verkehrt, könnte man auch so zähmen. Brauche ich allerdings noch die Pfeile für. Ähm, 6 Engramm-Punkte hätte ich im Angebot. Ja, das ist eine Kohle so mittel hätte ich schon. Steht eigentlich nur das Level ab jetzt quasi für den Bogen, sag ich mal. Level 20 brauche ich dafür. Ah, eh, reparieren. Ich würde langsam sagen, unsere Bogen. Dann bräuchten wir hier unten die Pfeile, aber die könnte ich noch nicht bauen. Wollen wir hier noch so haben? Ich kann es hier noch Holzstämmel überall hier. Ganz viel Holz hier, Wahnsinn. Ich muss schauen, ob das alles selber ist, oder was? Wollen wir mal gucken, was wir hier für den Bogen brauchen. Steinschleuder, Fackel. Vom Typ, Steinschläger, Wobplan, Bogen. Fasern brauchen wir da, und das ist nicht so knapp? Jetzt haben wir hier die ganze Zeit Steine, ey. Was ist denn da los? Da ist der Bogen. Steine Pfeile, da brauchen wir Stroh für. Da ist der Bogen. Steine Pfeile, das ist, wo ist der Bogen? Hier ist der Bogen. So, Bogen haben wir hier. Dann bräuchten wir Pfeile. Dann bräuchten wir hier. Noch da, warum wir, glaube ich, Fasern, wenn ich in die Zeit verkehrt bin. Ok. ... Sooo, ein Pfeil. Feuerstein, zwei Stroh und zwei Fasern. Ich würde sagen, wir brauchen ein paar Pfeiler. Alles was geht? So, wie viele Pfeiler haben wir da? Neun. Okay, was brauchen wir? Ich mache immer das Ding mal eben wieder. Und da brauchen wir mal ein paar Pfeile, Fasern brauchen wir dafür. Ja, man merkt schon, jetzt geht es langsam in die Richtung, dass wir dann vielleicht sogar mal ein Dino kriegen könnten. Auch vielleicht mal einen größeren Dino. Pfeiler. 16 Stück. Boah, wie schlecht, würde ich sagen. Mal schauen, was wir hier so haben. So, war einer. Ah, ich glaube, ich bräuchte mal einen Speer, ne? Eigentlich. Speere, haben wir ja da. Feuersteine brauchen wir dafür. Fasern und Holz. Direkt hier. Oh, wer bist denn du? Schon gut da? Jetzt wird es aber echt dunkel, ja? Ja. 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 So, was haben wir hier? Das fehlt noch, Level 17 sind wir. Können wir mal so langsam ein Narkosezeug da bauen. Ähm, bräuchten wir einen Mörser wahrscheinlich. Mörser und Stößel, Steine brauchen wir dafür. Und das ist nicht zu knapp, sag ich mal. Nein, kaputt. Gesundheit, ähm, auch noch so. Kriegstrommeln, Träderhosen. Sagen wir sparen uns erstmal die Punkte so ein bisschen. Gar noch nicht so ganz, was ich davon kaufen soll. Oh, ich muss überladen. Okay. Was hat er für ein Problem, äh, hier heute zum Beispiel. Ich sage, laden oder erstmal ab. Äh, weiß nicht, ist hier los. Inventar öffnen. Dann haben wir hier schon mal verdammtes Fleisch. Können wir mitnehmen. Holzkohle können wir raus machen. Können wir mitnehmen. Holz, warum nicht? Holz rein damit. So. Fleisch und Feuer zünden. Schon mal ganz gut hier, sage ich mal. Ja, aber zieht mich denn jetzt hier vom Gewicht so hoch? Ist das hier der Steinhurt? Geht aber eigentlich alles. Ist jetzt noch nicht dramatisch eigentlich. Das können eigentlich nur die Steine sein. Mal die mich runterziehen so ein bisschen. So, können wir jetzt den Mörser herstellen? Jawohl. Den werden wir nämlich auch gleich hier richtig schön in die Mitte irgendwo. Mal schauen, was wir hier so haben. Mörserstösel. Hier sind wir nämlich jetzt auch wieder ein bisschen untergekommen. Ich sage, stellen wir dich doch mal hier neben das Bett. Mal mit da öffnen. Mal hier das tobened Fleisch da rein. Dann haben wir hier eine Akku-Pier, die wir da reinmachen können. So, Narkose-Mittel. Haben wir hier nicht auch noch was gehabt? Mal mit daumenes Fleisch nehmen. Karotten-Samen können raus. Äh, warte, warte, warte. Einfach die Probele-Medjo-Beeren. Kommen wir hier mal. Mörser-Beeren. Mörser-Beeren. Mal mit Zubeeren. Ach, hier sind noch Samen, habe ich gesehen. Samen. Narko-Samen sind hier auch noch. Bärzamen. Und dann